Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von besta-film.de Im Internet zu finden auf besta-film.de Und heute mal was ganz Besonderes hier, das haben wir noch nie gehabt, nämlich der Bericht von einer Weltpremiere eines Films, und zwar in Kiel. Auch das passiert da nicht so oft. In diesem Fall ging es um den Film Elise von einem inzwischen 21-jährigen Filmemacher, nämlich Boris Moll, und der hat in die norddeutsche Tiefebene, beziehungsweise südliches Dänemark, ein Roadmovie gezaubert. Das klingt erstmal so ein bisschen nach Amateurhaft, aber das, was hier gemacht wurde, das hat schon Hand und Fuß und könnte meines Erachtens auch mit kleinen Änderungen ganz normal im ZDF laufen. Es sind nämlich durchaus auch namhafte Schauspieler dabei, allen vorweg Michael Mendel. Und wenn man den hier sieht, dann wird man sich an ihnen erkennen. Nicht jeder kennt seinen Namen, aber er gehört sicherlich zu den meistgebuchten und meistgesehenen Schauspielern, insbesondere im Bereich Charakter, die wir in Deutschland haben. Ich glaube, kaum ein Tatort oder sonst was, wo der nicht schon mal dabei war. Es geht grob gesagt um zwei Mädchen nach dem Abi, die sich mit einem Auto und einer Matratze auf den Weg machen Richtung Dänemark und sozusagen ein bisschen Freiheit genießen wollen. Dabei erleben sie so kleinere Abenteuer, die insbesondere erstmal witzig sind. Aber auch die Freundschaft wird ein wenig auf die Probe gestellt und es spielt nachher auch noch ein älterer Herr eine Rolle, nämlich gespielt von Michael Mendel. Und der, ja, man will nicht zu viel verraten, aber daraus ergeben sich dann auch nochmal einige Dinge, die die Geschichte dann deutlich verändern. Bevor der Film startete, gab es erstmal ein paar Worte des Regisseurs. Und da hat er auch unter anderem berichtet, dass sie zum Beispiel in Flintbeck, das ist ein Ort vor Kiel, da kommt er nämlich her, eine schöne Außenszene drehen wollten mit einem kleinen Autounfall auf einer Straße. Alles war ausgeguckt, Ordnungsamt informiert. Und als sie dann dahin kamen, gab es einen Rohrbruch und die Straße war weg, beziehungsweise aufgebrochen. Da mussten sie erstmal neu suchen. Solche und andere Anekdoten gab es dort zu erfahren. Und wir werden gleich noch, nachdem wir den ersten Worten des Regisseurs gelauscht haben, dann auch eine ganze Reihe Interviews mit Darstellern, mit dem Regisseur selber und auch mit Besuchern hören. Dann mal viel Spaß. Ich bin sehr, sehr aufgeregt. Das sieht von uns hier unglaublich beeindruckend aus. Alter, finde. Und die Leihung ist so unglaublich riesig. Und auf der zeigen wir heute Lise. Ein Film, an dem wir jetzt schon fast zwei Jahre gearbeitet haben. Das Ganze hat als ein sehr kleines Projekt angefangen. Mein Kumpel Jan und ich, wir sind in seinem alten Twingo von Berlin nach Flintweg gefahren. Und auf dieser Rückfahrt, da haben wir uns die Geschichte von Lise ausgedacht. Und nach dem Film, da gab es dann minutenlange Standing Ovation Applaus. Und da muss man natürlich auch sagen, in den 600 Personen fassenden, praktisch ausgebuchten Cinemax-Wahl waren dann auch viele Verwandte und Bekannte. Aber ich glaube auch einige, die wirklich sich nur wegen des Films dahin begeben haben. Und da sehen wir zum Beispiel auch Michael Mendel. So sieht er aus. Und die meisten, die das hier sehen, werden jetzt seit acht Jahren die Kremi laufen. Wie hat dir der Film gefallen? Ja, sehr gut. Also es war sehr überraschend, was am Ende noch passiert ist, dass sie sich dann den Nacktbild malen sollten und so. Das habe ich nicht erwartet, aber es wäre sehr schön. Wie bist du auf diesen Film gekommen? Ich bin mit dem Bruder von ihm befreundet, also diesen Arbeitskollegen, und der hat mich jetzt heute mitgenommen. Ihm ist jetzt Herr Woll wahrscheinlich, also der Regisseur. Genau. Also selber denn schon mal irgendwo mitgemacht oder einfach nur sozusagen jetzt als Fan hier? Nur als Fan hier. Also ich hatte Theaterkurse mal, deswegen interessiert mich das halt auch, weil das ja so Newcomber-mäßig ist, aber sonst habe ich damit nicht viel zu tun. Okay, dann als Profi sozusagen mit Theaterkurserfahrung. Wie war die schauspielerische Leistung? Also dafür, dass viele von denen ja noch gar nicht geschauspielert haben, ja auch gerade seine Mutter hat ja auch viel mitgespielt, fand ich das sehr gut gemacht. Also das war doch schon eine große Leid. Das ist jetzt Moritz Boll. Und Sie haben den Film gemacht, den wir gerade eben gesehen haben. Und am Anfang hieß es, ah, jetzt ist die Angst erstmal da, lachen die Leute an den richtigen Stellen und weinen sie an den richtigen Stellen. Und hat es geklappt? Ich hoffe doch, ich hoffe doch. Wir saßen ja in der hinteren Reihe und haben uns da von Szene zu Szene natürlich nur die Hinterköpfe von den Leuten angucken können. Aber die Lacher hört man natürlich trotzdem. Und die waren an den richtigen Stellen. Wie bist du auf die Idee gekommen, überhaupt diesen Film zu drehen? Also was war sozusagen das, was einem im Kopf geht und sagt, oh ja, da habe ich jetzt Lust, ein Jahr meines Lebens rein zu investieren? Das waren mehrere Dinge. Ja, also einmal habe ich mit meinem Kumpel Georg einen Roadtrip gemacht durch Frankreich in dem gleichen Auto übrigens auch und dann auch die Sitze rausgebaut und dann eine Matratze reingelegt. Und da haben wir relativ viele filmreife Sachen erlebt, will ich mal sagen. Und da haben wir gedacht, okay, das ist schon irgendwo Stoff auch für einen Film. Da sollten wir dann vielleicht irgendwie was draus machen. Und dann haben wir das Buch Fräulein Else von Arthur Schnitzler gelesen und fanden die Thematik total spannend. So junge Frau, alter Mann. Und das wollten wir dann auch noch verbinden mit der Zeit nach dem Abi, in der man sich so die großen Fragen stellt. Wie die Schule ist vorbei? Wo will ich jetzt eigentlich hin? Was ist mir wichtig? Wir alle haben ja auch erst vor zwei Jahren Abi gemacht und haben dann eben direkt danach diese Freiheit, aber irgendwie auch diese beängstigende Vielzahl an Möglichkeiten erlebt. Und das fanden wir irgendwie spannend. Da haben wir gedacht, okay, nehmen wir uns eine Figur, die genau in dieser Zeit ist, die irgendwie offen ist für alles und die gerät dann eben an so einen alten Mann, der hier so ein bisschen zeigt, hier, guck mal, das gibt es alles und ich zeige dir mal eine ganz andere Welt. Dieser alte Mann wird ja gespielt von Herrn Mendel. Und wie seid ihr an den rangekommen? Weil das ist ja, muss man ja schon sagen, einer von den renommierten Schauspielern, die wir in Deutschland haben. Ja, absolut. Ein großartiger Typ. Wir haben tatsächlich einfach einen Brief an ihn geschrieben. Er hat geschrieben, lieber Michael, wir würden uns riesig freuen, wenn du unseren Dorst der Uckhaus spielen könntest. Ihr schreibt da einfach, lieber Michael, kanntest du ihn schon vorher? Nein. Das macht man einfach. Ich habe geschrieben, lieber Herr Mendel, das habe ich jetzt. Nein, nein, wir haben ihn schon gesiezt, aber wir haben ihm eben das Drehbuch zugeschickt und haben gesagt, wir haben leider aber kein Geld und wäre das nicht vielleicht trotzdem möglich. Und tatsächlich hat Michael Mendel sich das Drehbuch durchgelesen und rief mich an und sagte, Junge, ich finde das gut, ich bin dabei. Hammer. Das war mit einer der tollsten Momente überhaupt. Wie bist du selber dazu gekommen, Filme zu drehen? Ich habe gesehen, so in der Filmografie, das geht ja schon lange zurück auf Werbefilme, viele kleine Filme. Das ist ja auch nicht der erste abendfüllende Film. Da waren ja auch schon andere, Herr Gebbert und so, auch schon mal dabei. Wann hat das bei dir angefangen? Ich war, glaube ich, so elf. Da habe ich von Lego so ein Movie Park, hieß das, bekommen. Da war so ein Filmstudio mit Lego-Männchen. Das war total cool. Und dann habe ich so kleine Filmchen damit gemacht, dass ich die Lego-Männchen immer so ein kleines Stück... Stop-Motion. Genau, genau. Und da habe ich da so ein bisschen gemerkt, wie aufwendig das ist, einen Film zu machen. Aber wie cool das auch ist und wie viel Freude das macht, bestimmte Dinge einfach so in Szene zu setzen. Und dann irgendwann haben wir gedacht, na gut, vielleicht könnten wir das auch mal mit echten Menschen machen. Und dann habe ich mit ein paar Freunden zusammengesetzt und wir haben gesagt, wollen wir mal einen Film machen? Und dann haben wir mit der Aldi-Kamera von meinem Vater einen kleinen Kurzfilm gedreht. Aber wir haben uns dabei sehr viel Mühe gegeben und ein paar Leute fanden es gut. Und wir haben dafür den Starkpreis bekommen. Und das war so der Startschuss dafür, dass wir richtig versucht haben, so viele Filme zu machen wie möglich. Wenn man jetzt den Film so sieht, fertig, wie er auf der Leinwand war, sitzt man dann trotzdem noch da und sagt sich, ach Mist, genau diesen Übergang, da hätte ich jetzt doch noch... Also ich weiß, am Anfang war irgendwann mal ganz kurz ein bisschen der Ton weg. Und es gab so eine Szene, da war ein leichter Wackler drin. Sitzt man dann da und sagt sich, Mist, jetzt nochmal ransetzen, alles neu rendern oder... Also ich will da gar nicht die Schuld von mir weisen, aber wir haben vor einer Woche das ganze Ding hier einmal durchgecheckt und da lief alles gut. Deshalb weiß ich nicht genau, was da los war. Aber du hast recht, genau in der ersten Szene, da war irgendwie so ein bisschen was asynchron. Ich werde die Daten nochmal checken. In dem Film selber gibt es ja hinten auch raus eine relativ lange Nacktszene. Wie erklärt man der Schauspielerin, als, ich glaube du bist 23? Richtig. Oh Gott, als 21-Jähriger, mach dich mal nackig. Wie erklärt mir das? Das haben wir ja schon ganz am Anfang gesagt. Also wir haben gesagt, okay, wir wollen einen Film drehen, aber schon mal so ganz klar, da ist eine Nacktszene drin. Ist das okay? Und die Maren Kraus, die ist ja nun auch noch sehr jung, die hat natürlich dann auch erst mal gefragt, okay, was ist das denn genau und so. Und wir haben einfach super konkret und lange darüber gesprochen. Wir haben einfach genau gesagt, was ich vorhabe und wir haben so ein paar Testdrehs gemacht. Ich habe ihr mal gezeigt, guck mal, wie sieht das aus, wie nah gehen wir so ran und sowas. Und dann war ich total dankbar, dass die Maren das so super gemacht hat. Also wir konnten da total gut so über Nuancen sprechen und dann war es wie eine ganz normale andere Szene auch. Und für dich selber, also einmal für solche Szenen und auch wenn man mit solchen gestandenen Leuten wie Herrn Mendel dann eben zusammenarbeitet, ist man dann nervös oder gibt sich das doch schnell? Oh nein, da ist man die ganze Zeit nervös. Also wir haben mit Mendel ja wirklich ziemlich lange aufwendige Tage gehabt. Wir haben viele In-Szenen gemacht, die wir aber, obwohl es ein Sommerfilm ist, im Winter gedreht haben. Das heißt, wir mussten ganz viele Lampen draußen hinstellen und so. Das ist alles nicht so einfach. Und deshalb war die ganze Zeit natürlich Aufregung pur und ja, das war schon durchweg spannend. Das heißt, du hast aber schon den Regisseur dann raushängen lassen und gesagt, Herr Mendel, das war aber jetzt nichts. Da jetzt nochmal? Naja, also es ist schon so, dass Michael natürlich wahnsinnig viel Erfahrung hat und das einfach total drauf hat. Und deshalb habe ich ihn auch oft gefragt, was meinst du? Wie würdest du es machen? Sag mir das mal so. Das ist so eine Sache. Ich wollte da jetzt auch nicht irgendwie sagen, hier, ich bin jetzt der Chef und so machen wir es. Denn Michael hat bei vielen Sachen einfach mehr Ahnung so und hat dem ganzen Film dadurch natürlich auch nochmal ein ganz anderes Format gegeben. Und deshalb war das immer so ein bisschen so ein Gucken. Mal habe ich gesagt, was hättest du davon? Ja, finde ich gut. Oder mal würdest du es so machen? Nee, Moritz, das lassen wir lieber. Das machen wir anders. Und von meinem Kameramann soll ich unbedingt die Frage stellen, was war denn die Technik dahinter? Was habt ihr verwendet? Das ist schön, dass du das fragst. Das wird man ja selten gefragt. Also, wir haben eine AF101 benutzt. Das ist von Panasonic. Das Pendant zu der Sony FS100, falls das jemandem sagt. Die Kamera von Sony sieht aus wie so ein Raumschiff. Das ist so ein Würfel und da dran ist das Objektiv. Und die Panasonic-Kamera ist eben das Pendant dazu. Das ist eine digitale 35mm-Kamera, die aber eigentlich natürlich nicht dafür gedacht ist, große Kinofilme damit zu drehen. Aber es ist immer die einzige Kamera, die ich habe. Und weil ich da jeden Knopf kenne und weiß, wie es läuft, haben wir gedacht, nein, wir nehmen die und mieten uns nicht irgendwie so eine Riesenmühle oder so. Das ist besser. Und deshalb haben wir das Bild ganz kleinen Ticken aufskaliert, damit es auf die große Leinwand passt. Und was gibt es jetzt als nächstes? Also, wenn man jetzt an diesem Punkt ist, solche eine Premierenfeier wie heute erlebt, dann will man doch wahrscheinlich nicht Schluss machen und sagen, das war's. Und jetzt mache ich, was weiß ich, eine Banklehre wie die Mädels im Film. Nein, nein. Wir wollen mit dem Film erstmal noch eine Tour machen. Wir sind am 29.03. in Hamburg, am 30.03. in Berlin, am 1.04. in Leipzig und am 3.04. hier wieder im Metro-Kino. Und danach mal schauen, was dann passiert. Aber wir sind alle noch heiß auf einen neuen Film und haben total Lust. Und auch Ideen schon? Ja, ganz viele Ideen, aber noch nichts Konkretes. Und wieder ein Flintback? Mal schauen, ja, wahrscheinlich schon. Dann bin ich ganz gespannt, was da kommt. Uns hat's gefallen. Und auch von Leuten, die ich nicht sozusagen vor dem Mikrofon habe, habe ich gehört, die fanden es auch alle gut. Also so gesehen sind wir gespannt, was es als nächstes dann von dir zu sehen gibt. Und ich bin, wahrscheinlich sind diese Aufnahmen irgendwann mal richtig wertvoll, weil dann, ja, da steht er jetzt auf der Verleihung da in New York oder was weiß ich. Und ja, die alten Seelen, dann kriegst du die wieder aufs Brot gebacken hier. Ja, sehr gerne. Also dann viel Erfolg und vielen Dank. Dankeschön. Das ist total lieb. Du bist sozusagen die Elise, richtig? Richtig, ja. Wie heißt du mit echten Namen? Maren. Und du bist jetzt die Hauptdarstellerin gewesen. Wie lange habt ihr gedreht? Also wenn man diese gesamten Drehtage zusammennimmt, würde ich mal schätzen so ungefähr zwei Monate. Aber insgesamt hat sich das natürlich gezogen mit Nachproduktion. Und wir haben ja die gesamten Außenausnahmen in Dänemark gemacht. Und dann mussten wir warten, weil Michael Mendel einen anderen Dreh hatte, haben wir eben fast zwei Jahre gebraucht. Und das ist das Witzige auch, dass man das jetzt sieht. Also nach zwei Jahren, das ist absoluter Wahnsinn. Hast du, oder wie bist du da rangekommen? Oder wie ist man auf dich gekommen? Kanntest du Herrn Boll schon vorher? Nein, ich kannte ihn gar nicht. Ich habe damals in Süddeutschland gelebt, in Mainz. Habe gerade mit meinem Schauspielstudium angefangen und habe mich im Internet beworben, auf einem Casting-Vortal. Und Moritz hat mir eine E-Mail geschrieben, dass er mich casten möchte. Wir haben uns dann in Mainz getroffen, haben ein kleines Casting gemacht und dann hat er mich noch ein bisschen hingehalten und so und dann hat er zugesagt. Wann hat er denn damit rausgerückt, dass man da auch noch ein, zwei speziellere Szenen ja drin hat gegen Ende? Das relativ am Anfang, fairerweise. Wir hatten ein Telefonat, da haben wir uns noch gar nicht getroffen gehabt. Da haben wir mindestens zwei Stunden gesprochen, ob ich mir das vorstellen könnte. Er hat aber auch immer betont, dass wir uns erst mal treffen und dass wir absehen davon, wie die Stimmung ist und damit ich da noch mal frei in der Entscheidung sein kann. Bist du jetzt zufrieden mit dem, was du gesehen hast heute? Ich bin absolut überwältigt. Ich bin jetzt an einem anderen Entwicklungspunkt schauspielerisch als damals. Also es gibt natürlich Sachen, die ich jetzt meiner Meinung nach besser machen könnte. Was denn? Gerade zum Beispiel die Stimmlage. Also die ändert sich, dass mehr Stimmtraining man macht und mein Stimmsitz ist jetzt tiefer geworden als damals wegen des vielen Trainings. Das heißt, man sitzt da auch jetzt im Kinosessel und sagt sich, ah, da hätte ich dann vielleicht doch noch ein bisschen mehr rausgeholt? Ja, eindeutig. Wie geht es denn jetzt weiter? Wo holst du jetzt mehr raus? Also ich habe ja meine Agentur gefunden in Hamburg, eine super Schauspieleragentur, die mir sehr viele Angebote vermitteln kann und da bin ich erst mal total glücklich, dass ich da überhaupt reingekommen bin, weil es natürlich wahnsinnig schwierig ist und er hat das Projekt natürlich auch viel dazu beigetragen, dass ich da reinkam. Das heißt, es könnte aber auch sein, dass es mit Herrn Boll noch mal wieder eine neue Aufnahme gibt? Also wenn er das will, sofort. Aber man möchte natürlich auch immer neue Gesichter als Regisseur. Aber das ist natürlich die Frage. Wie hat Ihnen der Film gefallen? Sehr gut. Oder mir hat er sehr gut gefallen. Und Ihnen? Selbstverständlich auch sehr gut. Sie sind ja Nachbarn von uns und insofern sieht man viele bekannte Leute und freut sich dann, was daraus gemacht wurde. Das heißt, die Familie Boll sind Nachbarn von Ihnen oder wer ist dann? Ja, von. Von mir, genau. Dann sind Sie auch schon gefragt worden, ob Sie mitmachen? Also so eine kleine Rolle oder ist da der Kelch an Ihnen vorbeigegangen? Der Kelch war an mir vorbeigegangen, bin ich auch gar nicht so undankbar, aber ich habe mich gefreut, dass ich andere Nachbarn da entdeckt habe. Was hat Ihnen an diesem Film besonders gefallen? Also ich finde das Thema einfach ganz toll, dass gezeigt wird, wie Jugendliche auf ihr Leben vorbereitet werden, aus diesem behüteten Zuhause auf einmal hinausbrechen in das tatsächliche Leben und wieder der Übergang dargestellt wurde. Das fand ich besonders spannend. Und nicht, ob jetzt was Neues schon passiert, irgendwelche Action-Szenen, die in Ihrer Nachbarschaft gedreht wurden, Flintback schon halb in Schutt und Asche gelegt wurde, nein. Nein, wissen wir nicht. Und sonst dürfen Sie es wahrscheinlich nicht verraten. Aber dann bleiben wir mal gespannt. Wir nehmen jetzt jetzt Carolin Dietrich, sie ist die zweite Hauptdarstellerin des Films, den wir gerade eben gesehen haben. Du bist sozusagen die Spießerin, die das spielt. Bist du in einem wirklichen Leben so auch so? Nein. Also ich würde mich schon eher tatsächlich vernünftig einschätzen und auch rational. Aber jetzt ganz so spießig mit Bank, wie Maria das anstrebt, ist nicht so mein Weg. Wie bist du da rangekommen an die Rolle? Also wirklich durch einen riesen Zufall. Moritz hat die ganzen YouTube-Videos, Showreels, also als Schauspieler hat man eben so ein Demoband, das sieht man dann auf YouTube hoch und er hat es über YouTube gefunden und hat mich dann angeschrieben. Und da habe ich noch in Stuttgart gewohnt, also es ging wirklich durch ganz Deutschland. Hat er mich dann angerufen und gefragt, jo, hättest du Lust? Und natürlich hat es dann letztendlich funktioniert. Das heißt, du kommst aus Stuttgart? Nee, geboren bin ich eigentlich in Freiburg und aufgewachsen dann in Hessen. Aber in Stuttgart habe ich eine Schauspielschule besucht. Gut, für uns Norddeutscher ist das alles Bayern. Aber das ist ein anderes Thema. Aber das heißt, also zum ersten Mal hier auch in Norddeutschland gewesen und dann in Dänemark? Ja, ja. Und dann auch direkt hierher gezogen, weil mir das Team und die Landschaft hier so gut gefallen haben. Das heißt, du willst auch Schauspielerin werden oder bist in der Ausbildung dafür? Ich will Schauspielerin werden, genau, ja. Wie nimmt man dann jetzt so eine Premiere wahr? Also wenn man da jetzt sitzt, wahrscheinlich ist man auf der einen Seite ja natürlich begeistert, da sich dann zu sehen. Auf der anderen Seite realisiert man dann noch, oh, da hätte ich jetzt aber doch noch in Kleinigkeit Änderungs machen können oder ist man nur begeistert? Nee, definitiv sind es mehr die negativen Sachen, die einem auffallen und kritisiert sich selbst. Das, was halt fantastisch ist, ist dieser Rahmen, weil man davon überhaupt keine Vorstellung hat. Den Film hat man vorher schon gesehen und man weiß irgendwie, was auf einen zukommt. Und das, was so interessant ist, sind natürlich die Reaktionen des Publikums. Und dann lachen sie an den richtigen Stellen und weinen sie oder sind sie ergriffen an den richtigen Stellen, wie Moritz es ja auch schon vor dem Film gesagt hat. Und hat es hingehauen? Haben wir an den richtigen Stellen geweint und gelacht? Ja, danke. Es war eine riesen Erleichterung. Es ging durch die ganze hintere Reihe. Alle Crewmitglieder waren begeistert. Wie geht es jetzt bei dir weiter? Jetzt heute Abend wird es erstmal ein Essen noch mit Michael Mendel geben, mit dem Crew-Team. Das ist ein schöner Abschluss. Und dann wird natürlich doch auch mal ein Sektchen getrunken. Ich meinte jetzt eigentlich so karrieremäßig. Was geht jetzt nächstes da weiter? Aber das andere war auch interessant. Ja, das kann man noch nicht genau sagen. Es ist so ein Projekt, das eventuell demnächst gedreht wird. Ist noch nicht ganz sicher. Es ist... Aber nicht mit Herrn Boll, sondern dann was anderes. Das wäre dann was anderes, genau. Und dann auch nicht in Norddeutschland. Man guckt immer, was so auf einen zukommt. Wie hat euch der Film gefallen? Sehr gut tatsächlich. Also am Anfang waren wir noch überrascht, aber zum Schluss hin ging es wirklich stein nach vorne. Was heißt überrascht? Die Wendung. Also wo es erstmal anfangs eher so jugendlich so wie ein ich sag mal wie so ein normaler Roadtrip mit vielen einzelnen Episoden war, war es zum Schluss dann eher doch die Gesamthandlung. Und wo ich sag mal als prägende Szene habe ich dann immer noch diese Treppe in Erinnerung mit dem, was da alles verbunden wurde. Also da schon so ein bisschen Gänsehaut-Feeling könnte man schon fast sagen. Wie hat es dir gefallen? Ich fand den Film super. Ich bin begeistert davon, was er da wieder auf die Beine gestellt hat. Das ist unglaublich. Also die Anfangssituation war ein wenig getragener, ein wenig langsamer, aber dann hat der Film doch wirklich an Fahrt aufgenommen und im Laufe des Films war man auch wirklich gepackt und die Charaktere waren sehr schön und farbenfroh auch dargestellt. Und ich fand erstaunlich, wie auch gut die Schauspieler gespielt haben. Also Herr Mendel, wie gut er dann auch die Augen, die Mimik, danke, danke, die Mimik dargestellt hat. Das war hervorragend und ich bin auch wirklich begeistert, was da für Schauspieler auch wieder mitgemacht haben. Sehr schallistig. Wie seid ihr oder woher kennt ihr, wisst ihr von dem Event heute? Also die meisten, die ich interviewe, sind entweder Nachbarn, Verwandte, Bekannte oder zu Schule mit ihnen gegangen. Und wie ist es bei euch? Also ich kenne ihn tatsächlich über meinen Freund Moritz und wir hatten auch mehr oder weniger als Statisten einen Auftritt, die jetzt aber da in dem Film, in der großen ausgestrahlten Variante nicht mitkam. Gott, und jetzt enttäuscht? Nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Was wäre es denn gewesen? Das war, wenn Sie im Schirm jetzt schauen, die Laper, die dann, sag ich mal, mit auftauchen, die dann, sag ich mal, in Gewandung nochmal eine Extraszene mitgehabt hatten. Aber passte insofern, wie ich das gesamte Werk jetzt gesehen habe, auch nicht ganz so gut rein. Also ich bin überhaupt nicht enttäuscht, dass wir nicht dabei gewesen sind. Aber großartiger Film. Gut, wenn es irgendein Erfolg wird, dann gibt es ja noch irgendwann die Directors Cut wahrscheinlich dann. Und bei dir, woher kennst du ihn? Nun, ich kenne ihn jetzt schon mittlerweile seit ganz vielen, vielen Jahren aus der Schule auch. Das ist tatsächlich dieses. Und dann hat es irgendwann angefangen, dass wir dann zusammen Filme ein bisschen gemacht haben. Und deswegen hat er dann, habe ich mich davon irgendwie entfernt so ein bisschen. Aber er ist da einfach immer stark dabei geblieben und er hat sich auch so viel verbessert. Und ja, dann sind wir nur noch so über andere Kontakte, Freunde geblieben. Ab und an hat man dann nochmal so einen kleinen Einmal eingeladen werden und Hallo sagen quasi im Film. Wie ging es denn bei dir dann nach der Schule weiter? Was machst du jetzt? Ich studiere jetzt Elektrotechnik. Und so einen Roadtrip mal gemacht? Nee, ich habe tatsächlich keinen größeren Roadtrip gemacht. Das ist zwar ein Ding, was man echt nochmal machen müsste und wo ich mir auch sagen würde, das möchte ich gerne mal machen. Aber irgendwie ist die Situation dafür noch nicht da gewesen oder auch das Ziel vielleicht nicht. Man braucht ja auch eigentlich so ein Ziel, wie die das jetzt ja auch eben hatten. Und das Problem ist, dass uns Jungs wahrscheinlich keiner nackt malen will. Aber das ist, glaube ich, dann nochmal ein ganz anderes Thema. Was der Max angesprochen hat, dass man einfach dann zu zweit, wenn man, also wenn zwei Männer unterwegs wären, dann die Frau, die auf einen zukommt und sagt, wollt ihr beide nicht mit ins Zelt kommen? Ich weiß nicht, ob das so häufig vorkommt. Ja, da siehst du, da sind wir wieder gekniffen. Aber nun gut, da haben wir alle was gelernt heute in dem Film. Dann, ja, vielen Dank. Und vielleicht ist ja beim nächsten Film dann auch nochmal die Statistenrolle dann auch zu sehen. Wir werden sehen, wir werden sehen. Oder eine Rolle. Oder eine richtige Rolle. Ja, das wäre aber, das wäre ein bisschen zu viel für mich. Dafür bin ich zu scheiße. Oh, ich kann es nicht beurteilen. Aber im Zweifel, Fishing for Compliments wäre natürlich auch grandios. Insbesondere, wir waren mit unseren Ehepartnern dabei und die haben gesagt, wir sollen unbedingt dich nochmal interviewen, weil du so eine schöne norddeutsche Stimme hast. Ich habe eine schöne norddeutsche Stimme. Du spielst den Max. Das heißt, du bist derjenige, der die Mädels eigentlich dazu überreden will, einen Dreier im Zelt mit dir zu machen. Wie kommt man auf solche Ideen? Du wahrscheinlich nicht, sondern kriegst du es dann gesagt oder hast du da selber dran gewirkt und gesagt, oh Mensch, lass uns mal versuchen. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe zuerst zugesagt und gesagt, ja Mo, ich mache gerne wieder mit und habe dann von der Rolle erfahren. Dementsprechend wusste ich es da noch nicht, was auf mich zukommt, aber ich habe es dann natürlich auch gemacht. Ich kenne Mo seit Kindesbein, seit der Grundschule und habe gesagt, ja, mach das. Es war ein bisschen komisch und man hat ja auch gemerkt, irgendwie im Kino war es so ein komisches Gefühl, glaube ich, für manche und für mich war es in der Situation auch komisch, wir haben das häufig drehen müssen. Weil man sowas halt auch nicht alle Tage macht. Was lief dann falsch? Es wird dann verklemmter oder weshalb musstet ihr es wieder machen oder versprochen einfach? Versprochen, klar, aber man muss es ja irgendwie authentisch dann rüberbringen. Also man muss es versuchen, dass es irgendwie echt wirkt und es ist schwierig. Macht man ja sonst nicht. Und ich bin ja auch kein gelernter Schauspieler. Was machst du beruflich? Ich studiere. Und was? Auf Lehramt. Ich will mal Lehrer werden. Also niemals meinen Schülern später zeigen sowas. Sowas kommt gerne auf Schulfesten, glaube ich, dann mal wieder aufs Tableau. Aber gut, das ist ja noch ein bisschen hin bis dahin. Das heißt, du kennst den Regisseur schon länger und hast du auch schon bei anderen Werken dann mitgemacht? Ich habe bei allen Werken mitgemacht, genau. Also ich kenne ihn aus der Grundschule. Wir sind von der ersten bis zur vierten Klasse zusammen in eine Klasse gegangen und also bei seinem ersten Film Wrong habe ich mitgemacht, Gewissensfrage und Kleinstadtfeuer war das ja noch und so ein paar kleinere Werbesachen. Und deshalb, ich bin eigentlich einer der Ältesten in der Crew und es ist echt einfach toll zu sehen, wie gut sich Mo gemacht hat, wie er sich weiterentwickelt hat und ich kann stolz auf sich sein. Hast du Herrn Mendel dann auch noch kennengelernt? Weil ich glaube, deine Szenen waren alle losgelöst von seinen. Genau, natürlich. Ich bin extra mal nach Schleswig gefahren, um ihn kennenlernen zu dürfen, ja. Aber sonst hatte ich keine Szene mit ihm. Also es war, ich bin wahrscheinlich nicht so dicke mit ihm wie die anderen, aber wir sind auch per Du, ja. Gibt es denn schon Ideen, was das nächste Projekt ist? Er wollte noch nichts verraten, aber wenn du dann sozusagen jemand bist, der in jedem Film mitmachen muss, dann hast du wahrscheinlich schon Insider-Infos. Dazu muss ich sagen, dass die Rolle von Malz mal kleiner wird. Also weiß ich nicht, ob ich im nächsten noch mitspiele. Ich würde es Mo gönnen, dass er nur noch mit Schauspielern arbeiten kann und ich kann nichts verraten, weil ich auch wirklich nichts weiß. Ich glaube, Moritz lässt das jetzt erstmal sacken, und freut sich, dass so viel gute Resonanz gekommen ist und er zeigt den Film ja noch ein paar Mal und dann werden wir weitersehen. Vielleicht darf ich auch nochmal durchs Bild laufen. Dann sind wir gespannt, was da noch kommt. Vielen Dank und dann auch viel Spaß da mit deinen Schülern. Das wird wahrscheinlich dann auch nochmal eine besondere Herausforderung, das zu erklären. Ist ja zum Glück noch ein bisschen hin. Ich hoffe, dass bis dahin DVDs total out sind und der Film im Internet nicht zu finden wird. Dann gibt es aber das Interview zumindest noch. Das wird es noch geben, aber das ist ja in Ordnung, oder? Nee, ich erzähle auch nicht, worum es ging da bei deiner Szene. Okay, vielen Dank. Den Film kann man definitiv auch ohne verwandtschaftliche Beziehung zum Team gut gucken. Ich glaube, also, wobei ich das natürlich nicht richtig beurteilen kann, aber jemand, der so in dem Alter auch ist, dürfte bei diesem Film vieles von sich wiederentdecken. Gerade auch so dieser Wechsel von bester Freundin auf der einen Seite und dann plötzlich von einem auf einen anderen Moment aufgrund bestimmter Kleinigkeiten der Wechsel in nee, doch nicht mehr und dann doch wieder. Also, und dazu dann noch eine durchaus interessante und gut zu verfolgende Geschichte mit wirklich auch sehr netten Gags. Also, gerade diese Anfangsszene auch mit dem Werbevideo, die hatte schon durchaus auch so L'Oreal-Charakter. Kann man wirklich alles sehr gut gucken. Und da schaut man dann sicherlich auch drüber hinweg, dass an einigen Stellen doch schon sehr zu erkennen ist, dass es eben ein Video eher ist als richtiger Film. Wobei, das wirklich muss man schon richtig drauf achten. Und zum anderen, dass eben auch die schauspielerische Leistung nicht bei jedem völlig dann überzeugt. Aber die Hauptdarsteller, die überzeugen auf jeden Fall und vielleicht macht es das auch gerade ein bisschen authentischer. Also, mir hat der, Film nicht nur gut gefallen, er hat mich auch durchaus bewegt. Und das soll erst mal was heißen. Ein paar Mal hat man ja noch die Möglichkeit, ihn zu sehen. Und ja, besterminusfilm.de den Podcast, den hören Sie wahrscheinlich vielleicht schon morgen oder übermorgen wieder. Bis dahin, alles Gute und tschüss. I'll see you next impact. Vielen Dank.